Liebe FSV-Fans, gemeinsam blicken wir auf ein sehr ereignisreiches, aber auch intensives Jahr zurück. Mit dem Derbysieg ist uns gemeinsam Historisches gelungen. Wenige Stunden vor dem Weihnachtsfest möchte ich mich im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen Partnern und Sponsoren sehr herzlich für ihre unermüdliche Unterstützung bedanken. Ich wünsche uns allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe FSV-Fans, liebe FSV-Sponsoren, ich wünsche euch ein, eine schöne, besinnliche Weihnachtsfest. Es ist wichtig, Zeit mit der Familie zu verbringen, sodass wir gestärkt aus dieser Pause kommen und alle gemeinsam den Klassenerhalt feiern können. Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder, Sponsoren und Fans unseres FSV Zwickau. Im Namen des Vorstandes möchte ich mich bei euch für das gemeinsame Jahr bedanken und freue mich bereits jetzt schon auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2023. An dieser Stelle wünsche ich euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Kommt gesund über das neue Jahr bleibt uns gewogen und wir sehen uns am 15. Januar zur Mitgliederversammlung. Euer Frank Fischer. Hallo liebe FSV-Fans, hallo liebe Freunde des Vereins, der Mannschaft. Wir wollten uns selbstverständlich recht herzlich bedanken für eure Unterstützung das ganze Jahr über. Wir wollen euch ein besinnliches, ruhiges, friedliches Weihnachtsfest wünschen. Vielen Dank für eure Hilfe das ganze Jahr über. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen abschalten. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Kraft tanken, genauso wie wir, weil das Jahr 2023 steht an. Es wird anstrengend, es wird hart werden. Wir werden alles dafür tun, dass wir erfolgreich sein werden, dass wir die Ziele erreichen werden mit eurer Unterstützung. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, wir sehen uns zahlreich im Stadion. Wir haben viele, viele coole Spiele vor uns. Wir haben intensive Spiele vor uns und mit euch an unserer Seite werden wir erfolgreich sein. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und guten Rutsch. Schöne Weihnachten. Bis bald, euer Pommes. Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen des FSV Zwickau, liebe Freunde und Sympathisanten, liebe Sponsoren. Auch ich möchte im Namen des Aufsichtsrates mich bedanken für die Zusammenarbeit in diesem Jahr. Und ich wünsche uns allen viel Kraft für das jetzt kommende, anstrengende neue Jahr 2023. Und ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute und erholen Sie sich in den nächsten Tagen. Bis bald. Liebe FSV-Fans, liebe Sponsoren, liebe Unterstützer. Auch von mir frohe Weihnachten. Ein schönes, schönes, besinnliches Weihnachtsfest in Familie. Ein paar ruhige Tage, ein paar besinnliche Tage. Natürlich Gesundheit für alle, ganz wichtig. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich glaube, es lag wieder ein turbulentes Jahr hinter uns. Ein ereignisreiches Jahr. Aber auch wieder ein sehr erfolgreiches Jahr. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir im nächsten Jahr genau da weitermachen können. Dass wir alle noch eine Schippe draufpacken werden, um dann auch wieder gemeinsam zu feiern, unsere Ziele zu erreichen. Und im besten Fall auch noch ein, zwei solche Momente zusammen zu erleben. Weil ich glaube, das ist alles das, worum es geht für uns. Zusammenzuhalten, zusammenzustehen und dann gemeinsam erfolgreich zu sein. Ich wünsche euch was und ich freue mich auf die Rückrunde und euch alle auch wieder hier im Stadion zu sehen. Macht's gut, bis dahin. Vielen Dank nochmal für die tolle Unterstützung in der Hinrunde. Genau diese Unterstützung brauchen wir für die Rückrunde, wenn wir gestärkt aus dem Weihnachtsfest kommen, um den Klassenerhalt zu feiern. Vielen Dank.